Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Johannes trinkt Wein. Wir sitzen hier heute zusammen, weil wir zwei Interviews aufnehmen. Das erste auf diesem Kanal hier, da sprechen wir drüber, Johannes, wie du überhaupt dahin gekommen bist, wo du jetzt heute stehst. Was da so die Entwicklung ist, ich habe es ja sehr nah mitbekommen, ich finde das ist eine Story, da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Und der zweite Teil, der ist dann auf meinem YouTube-Kanal und da geht es dann eher um die Business-Seite. Was machst du, wie viel verdienst du, wie siehst du die Welt als Influencer und ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, Johannes. Wie geht es dir? Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, ist eine super Gelegenheit für mich. So ein Interview hatte ich noch nicht, auch so professionell noch nicht. Und ja, ich glaube, das ist spannend. Erstmal meine Geschichte und dann mal so ein bisschen die Business-Seite, die auf meinem Kanal immer so ein bisschen zu kurz kommt, würde ich fast sagen. Weil es auch nicht das Thema ist, könnte, glaube ich, viele Leute interessieren. Sehr schön, ich glaube, man muss dich jetzt auch gar nicht groß vorstellen. Die Leute wissen, wer du bist, wir sind ja auch hier auf deinem Kanal. Vielleicht starten wir mal ganz kurz rein, du bist Wein-Influencer. Was ist deine persönliche Meinung zu diesem Begriff Influencer? Weil viele Influencer sagen ja immer, sie mögen das nicht so. Ja, geht mir ganz genauso. Ich nenne mich mittlerweile auch, also wenn ich mich irgendwo vorstelle, sage, was ich mache, dann sage ich auch, ja, ich mache, meistens sage ich, ich mache Videos zu Wein. Dann fragen die Leute, wie, ja, Wein-Influencer. Und dann verstehen sie, was ich tue an sich. Hat das halt einfach so ein Image, zumindest in Deutschland, was immer so ein bisschen, ja, so einen komischen Ruf hat, mit dem ich mich jetzt auch nicht unbedingt identifiziere. Weshalb ich das versuche zu vermeiden, man kommt aber nicht drum rum. Also ich persönlich identifiziere mich oder sehe mich als eigentlich ein normaler Selbstständiger im Wein-Marketing-Bereich. Und ich biete eben, also ich verdiene mein Geld damit, dass ich Reichweite für Kunden in der Wein-Branche biete. Und mein Produkt sind halt letztendlich die Videos, die ich dann, ja, womit ich den Zuschauern irgendwie Mehrwert biete. Du hast ja vor einigen Jahren schon mal angefangen, Wein-Videos zu machen auf YouTube. Erste Frage, gibt es die Videos noch? Sind die noch online? Ich habe die offline genommen. Ja, alles klar. Schade. Vielleicht kannst du dir eins wieder veröffentlichen. Kurz zum Kontext. Ich habe Johannes vor drei Jahren, vier Jahren, irgendwie so kennengelernt über einen gemeinsamen Kollegen, deinen ehemaligen Arbeitgeber. Und zu dem Zeitpunkt hat Johannes Wein schon übelst gefeiert. Du hast angefangen, Wein-Videos zu machen. Ich habe es gefeiert von Tag 1. Hans, hol uns mal ein bisschen mit so. Wie ist das Ganze losgegangen bei dir, dass du überhaupt den ersten Impuls hattest, ich mache jetzt Videos zu Wein? Also da muss ich eigentlich sehr weit ausholen. Angefangen hat das natürlich irgendwie mit so einer Begeisterung für das Thema Genuss. War bei mir am Anfang auch nicht das Thema Wein, sondern das waren verschiedene Dinge. Also so durch meine Großeltern habe ich das ein bisschen mitbekommen, dass man sich einfach für die Qualität hinter Lebensmitteln im Allgemeinen interessiert, dass man irgendwie gut kocht. Und dann war es Essen, Kochen wie gesagt, Rezepte. Dann waren es irgendwie Cocktails bei mir, dass ich mir da so coole Cocktailrezepte eine Zeit lang immer ausgedacht habe und mir da alles Mögliche angelernt habe. Dann ging es zum hochprozentigen mit da irgendwie Zigarre, Cognac, Whisky und so. Ich habe mich da jetzt nicht so immer so ganz tief reingearbeitet, aber ich fand das immer cool und es hat mir Spaß gemacht. Und das Thema Wein, da bin ich dann so ein bisschen hängengeblieben, weil ich mich da auch das erste Mal dann wirklich bewusst damit beschäftigt habe, was es bei solchen Themen halt auch irgendwie immer bedarf, um dann so einen Schritt weiter zu kommen, weil ich in meinem Studium, das ist jetzt vielleicht kurz zum Lebenslauf, Abi, Bankausbildung abgeschlossen, dann studiert. Und im Studium war ich in einer studentischen Unternehmensberatung, Junior Contech. Genau, TU Darmstadt war das. Und dort habe ich dann so als Team-Event für unseren Verein Weinprobe organisiert, weil ich gesagt habe, hey, finde ich cool. Und dann habe ich mich das erste Mal angefangen, habe ich mir ein Buch gekauft, habe mich da reingelesen, um den Leuten halt auch ein bisschen was erzählen zu können. Das war eigentlich so der Beginn von dem Ganzen. Ich glaube, wenn man in dieses Thema mal den großen Tee rein tunkt, so in das Thema Wein, da merkt man auch, da geht es ganz schön tief rein, weil Wein ist nicht gleich Wein. Und was mir dann halt aufgefallen ist, also vor allem auch da, ganz am Anfang, wo ich gar nichts wusste, dass es wenig zeitgemäße Inhalte so online gibt, die das Thema gut verpacken. Und da ist mir das erste Mal auch die Idee gekommen, dass ich meinte, ey, das wäre doch eigentlich ein cooles Thema, wo ich Videos zumache, was ich schon immer interessant fand und mich währenddessen auch in dieses Thema selbst reinarbeite. Da hatte ich irgendwie schon lange nach sowas gesucht und das habe ich gedacht, da gibt es irgendwie, glaube ich, ein Interesse. Da gibt es noch nicht so viel online. Let's try it. Okay, und das war dann der Punkt, wo du auch mit dem YouTube-Kanal dann angefangen hast? Ja, das war tatsächlich relativ bald dann danach, als, muss man ganz ehrlich sagen, ziemlich blutige Anfänger. Also ich habe dann Videos gemacht, Rotwein Basics, Weißwein Basics und es lief dann so, dass ich mir eigentlich das vorher auch normalerweise angelesen habe, zusammengeschrieben habe und dann in ein Video verpackt habe. Krass, aber wirklich, ich fand deine Videos damals schon echt geil. Also hat Bock gemacht so. Wie war das für dich so, das erste Video dann hochzuladen, aber bestimmt merkwürdiges Gefühl, oder? Ich war echt richtig aufgeregt. Also das war auch, zu der Zeit war ich irgendwie, hatte ich noch nicht so, war ich noch nicht so von der Persönlichkeit her gesettelt, dass man sagt, es geht mir irgendwie alles, können wir alle den Buckel runterrutschen, ist mir egal, was die sagen. Das war, ich war, ich kannte niemanden, der sowas bisher gemacht hat, so aus Social Media oder Videos, in meinem persönlichen Umfeld und da war ich echt aufgeregt. Krass, und wie lange hast du das denn gemacht mit dem Kanal und hat das schon irgendwas gefruchtet so, dass man sehen konnte, da geht's voran? Weil danach gab es ja eine lange Pause dann erstmal, ne? Ja, ich habe das nur ein paar Monate gemacht und das lief eigentlich ziemlich gut. Also das waren dann, die besten Videos anfangs hatten dann so tausend Aufrufe, womit ich aber auch überhaupt nicht gerechnet hätte. Im YouTube-Kontext ist es natürlich mega klein. Und dann habe ich die aber einfach mal stehen lassen, Kanal war inaktiv und dann über die, ja über zwei Jahre waren es dann eigentlich, wo der inaktiv war, kamen dann aber auch immer wieder mehr Views auf gewisse, zum Beispiel dieses Video Rotwein Basics oder Wein im Supermarkt kaufen. Die haben kontinuierlich Views bekommen, sodass dann am Ende, glaube ich, ein Video sogar mal 20.000 Aufrufe hatte. Ist schon verrückt, ne? Ja, YouTube ist eine crazy Plattform. Ich meine, wir sind ja auch auf YouTube, jetzt auch noch nicht wirklich groß. Ja, man wird sehen, dann wenn man beim zweiten Teil ist, da sind noch nicht viele Abonnenten. YouTube ist echt geil, weil man halt einfach Videos produziert, die nicht so wie auf TikTok dann nach 24 Stunden wieder weg sind oder nach einer Woche oder so, sondern wie du sagst, die können halt wirklich lange am Start sein und irgendwie Reichweite generieren. Was war der Grund, dass du dann wieder aufgehört hast damit oder das weniger geworden ist? Das war dann wieder die eigentliche Karriere-Lebensplanung. Ich war ja dann in der studentischen Unternehmensberatung und eigentlich war der Plan, dann eben auch irgendwie so Berater zu werden. Wirtschaftsinformatik habe ich studiert. Irgendwas in die Richtung. Hat mich auch mega interessiert, war ich mega hyped drauf. Und dann hat sich aber ein Kollege, unser gemeinsamer Freund auch, der Moritz Neuhaus, war schon mit seinem Studium durch und hat sich selbstständig gemacht als Berater. Und wir zwei haben uns auch sehr gut verstanden. Und dann habe ich ihm halt erstmal so als Freelancer ausgeholfen. Und dann wurde das bei ihm ein bisschen mehr serious. Er hat einen Geschäftspartner getroffen und kam dann halt nach ein paar Monaten zu mir und meinte, ey Johannes, wir gründen jetzt hier eine GmbH. B2B Personal Branding auf LinkedIn. Ich wusste nicht, was es ist. Er hat es ehrlicherweise, glaube ich, auch noch nicht so richtig durchblickt, was man da eigentlich macht. Aber er hat es spannend verpackt und das hat halt so Spaß gemacht, diese Arbeit mit ihm, dass ich gesagt habe, und er meinte, wir gründen die GmbH, wir hätten dich eigentlich ganz gerne direkt als Vollzeitmitarbeiter dabei. Und ich war in der Mitte meines Studiums und das war aber irgendwie so reizvoll für mich, dass ich gesagt habe, ganz ehrlich, selbst wenn ich das Studium jetzt ein halbes Jahr posiere und danach wieder anfangen, wenn es irgendwie nichts war, ist auch nicht groß was verloren. Ich probiere das jetzt aus. Dann hat es begonnen. War erstmal sehr, sehr chaotisch. Wie gesagt, wir wussten alle noch nicht so richtig, was wir machen, aber hat halt ultra Bock gemacht und dann wurde das immer erfolgreicher, immer besser. Und dann war es weiterhin chaotisch. Ich kann mich an eine Story von Johannes erinnern, das war irgendwie Mittwochabend oder so, wo er dann geschrieben hat, als Chef 40 Stunden Woche ist durch, kann ich hier freinehmen. Ja, hört sich schon wild an. Die Arbeit hat sowohl in der chaotischen Anfangsphase als auch dann am Ende, die hat nie aufgehört. Aber das war eine unglaublich prägende Zeit für mich, wo ich sehr viel Selbstbewusstsein gewonnen habe, wo ich das erste Mal auch gemerkt habe, okay, ich kann gewisse Dinge, ich war da irgendwie immer sehr demütig, was das angeht und zurückhaltend und dachte irgendwie, ich muss immer erst mal 20 Jahre irgendwie Berufserfahrung haben, irgendwas gemacht haben, gelernt haben, dass ich irgendwie mal behaupten kann, ich kann das und das. Und das hat sich in der Zeit ein bisschen geändert und ja, wichtige Phase. Sehr interessant, Johannes. Du hast ja auch einen schönen Wein heute mitgenommen. Bevor wir weitermachen, lass uns den nochmal probieren. Was ist das Pein? Meine Kiele trocknet langsam aus. Ich habe schon lange kein Wein, der geht schon. Gestern, wenn mich nicht alles deutsch. Ich habe gehört, im Januar, dry January oder? Ich kann es leider nicht durchziehen. Ich würde es gerne machen, aber da sind schon wieder mehrere Drehs. Unter anderem ein Dreh. Hartes Leben. Mit dem Titel 24 Stunden nur Champagner trinken. Der Gnade ist. Der hört sich witzig an, ja? Ja, da kann man nicht rein sagen. Was haben wir hier schönes? Also, es ist ein Gigondas. Das ist auch ein relativ bekanntes Herkunftsgebiet von der südlichen Rhone in Frankreich. Großer Konkurrent dazu, auch nochmal der berühmtere, ist der Chateauneuf-de-Pappe. Der ist da ganz in der Nähe und sind so, ja, würde ich sagen, kräftige, voluminöse, würzige Rotweine. Ich kann dir gar nicht so viel zu dem Wein sagen. Den habe ich schon sehr lange bei mir in meinem Kühlschrank liegen. Jahrgang 2015 jetzt. Und ich bin jetzt selbst mal gespannt. Ich finde, der hat schon mal so eine krasse Honig, so einen richtig so Waldhonig irgendwie. Habe ich noch nie im Rotwein gerochen. Äh, Honig? Ich finde es so schwierig, ne? Aber der wird die Nase feiner mit der Zeit, glaube ich, ne? Was so diese Heine-Worsten angeht. Aber es schmeckt sehr geil. Und als ich bei Rotwein oftmals nicht so geil finde, ist, wenn er so ganz mild reinkommt und dann so übel krass ist im Abgang. Und bei dem hier, ich finde, der kommt hart rein, geht aber auch hart runter. Hat einen schönen, klaren Zug da drin. Der überrascht mich gerade sehr, muss ich sagen. Also... Warst du überrascht das? Ich weiß nicht, ich finde den gerade ultra schwank. Weil das ist irgendwie sowas, das habe ich jetzt so noch nicht von der Charakteristik probiert, geschmeckt. Ich muss sagen, er schmeckt. Schmeckt sehr gut. Hast du einen schönen Wein mitgenommen? Wo waren wir gerade stehen geblieben? Du bist bei Inside gestartet. Oh ja, was ich noch fragen wollte. Das Studium, ist das abgeschlossen oder hast du es abgebrochen? Natürlich bis heute pausiert. Wir wissen, wie es ist, ja. Nee, also wirklich auch in dieser Inside-Zeit beim Moritz, dann in der Beratung, habe ich irgendwie so für mich immer mehr gemerkt, dass dieses praktische Lernen, dieses einfach machen, ausprobieren, das liegt mir irgendwie noch viel mehr. Im Studium, muss ich sagen, habe ich sehr viel Willenskraft gebraucht, um da halt durchzukommen. Das wäre auch gegangen, aber das war jetzt nicht so, als hätte mir das so groß viel Spaß gemacht, obwohl die Thematik an sich mich auch super interessiert hat. Aber diese wissenschaftliche ist nicht so meins. Wann ich sehr gut nachfühlen, ist bei mir genauso. Und genau, Studium nicht weitergeführt. Dann ist Inside-Zeit ja krass gewachsen, so, checkt es ab. Wenn Personal Branding für euch ein Thema ist, Inside große Empfehlungen. Und das stelle ich mir extrem schwierig vor, weil du ja dann irgendwann hergegangen bist und gesagt hast, so, fuck it, ich kündige, ich gehe all in, mache mein eigenes Ding. Das war bestimmt eine Entscheidung, die ein paar Wochen gebraucht hat, würde ich jetzt mal vermuten, oder? Ja, safe. Also vor allem, weil wir gerade an dem Punkt eigentlich waren, zumindest für mich gefühlt, wo wir uns etabliert haben am Markt, wo man wirklich sagen konnte, Inside ist jetzt richtig erfolgreich. Was ich dann natürlich auch auf mein nächstes Gehalt im nächsten Jahr ausgewirkt hätte. Und es lief halt eigentlich alles, es lief wie am Schnürchen. Ich hatte mein Team, es hat ultra Spaß gemacht, es ist nach wie vor ein Traumjob. Aber diese Idee, die dann die ganze Zeit in meinem Hinterkopf geschlummert hat, die ist dann plötzlich irgendwie wieder aufgepoppt. Und ich hatte, ich weiß nicht warum, ich bekam dieser Gedanke, du würdest das, du wolltest das schon immer machen. Du hast das Zeug dazu, du hast jetzt auch den Mut dazu. Und wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich es wahrscheinlich nicht mehr tun, weil das natürlich schon so ein Schritt ist, wo man sich erst mal darauf einstellen kann, jetzt verdient man erst mal kein Geld und man weiß auch nicht, ist es überhaupt erfolgreich. Und wenn ich jetzt, wie das so ist, wenn man dann mitten im Leben steht, irgendwie eine Wohnung hat, also man hat sich vielleicht schon an komfortables Gehalt gewöhnt, man hat eine Wohnung, man hat ein Auto, vielleicht steht schon ein Familienplan an oder so, dann ist so ein Schritt natürlich viel schwieriger. Und der Gedanke ist mir dann nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und plötzlich, das war eine ganz wilde Phase, eine ganz spannende Phase. Ich konnte an nichts anderes mehr denken. Und das fiel mir dann extrem schwer auch, diese Entscheidung zu treffen. Einerseits natürlich wirtschaftlich, aber da war es für mich, habe ich gesagt, ey, für mich ist jetzt nicht wichtig, ob ich jetzt nächstes Jahr so und so viel verdiene in der aktuellen Phase, sondern ich will möglichst viel lernen, möglichst viel ausprobieren und meinen Interessen folgen. Persönlich war es halt auch ein Riesending, weil man ist da jetzt zwei Jahre echt durch die Scheiße gegangen und dann hat gemeinsam so viel erlebt mit den zwei Gründern. Und das Unternehmen, das fühlt sich für mich auch immer noch so an, als wäre das irgendwie ein Teil von mir. Und da dann zu sagen, okay, jetzt mache ich was komplett anderes, auch einen harten Cut zu machen, war sehr schwer. Was war der Grund, dass du nicht gesagt hast, okay, ich reduziere Stunden irgendwie auf 30, 35 in der Woche, was ja schon deutlich, deutlich weniger wäre, und fange langsam damit an und schaue erst an, wie es läuft? Weil ich einfach wusste, in der Position, ich war dann verantwortlich für die Operations, wie gesagt, mit Team und mit diesen Wachstumsambitionen, die Insight halt immer noch hat, die haben sich jetzt seitdem nochmal von den Mitarbeitern her verdoppelt, in einem Jahr, wusste ich einfach, es wird nicht funktionieren. Also ich glaube, so einen 30-Stunden-Job kann man machen, entweder in einem sehr etablierten Unternehmen, wo genau abgegrenzt ist, was ist mein Verantwortungsbereich, mein Aufgabenbereich, oder halt in einem Job, wo man einfach jetzt nicht unbedingt, also Projektverantwortung ist halt so, es passiert immer irgendwas, was unvorhergesehen kommt, und dann kann, dann bin ich auch nicht die Person, gerade bei Insight, die dann sagt, so, jetzt sind aber vier Stunden vorbei, jetzt muss ich mich um ein anderes Projekt kümmern. Kannst du ja auch nicht machen, wenn du verantwortlich bist, ne? Geht nicht, geht nicht. Und deshalb habe ich gesagt, entweder oder. Also es war auch, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ja, krass. Und wie, oder wann ist die Entscheidung getroffen, beziehungsweise wie viel Zeit nach der Entscheidung bist du dann wirklich auch aus dem Unternehmen raus, oder hattest du sozusagen als Vorbereitung für das, was kam? Entscheidung habe ich eigentlich getroffen, ziemlich genau jetzt vor einem Jahr. Das war im November 2021. Da habe ich dann auch gekündigt. Und dann bin ich Ende Januar aus dem Unternehmen ausgeschieden, vollständig. Und dann Februar, es war eigentlich bis zum Ende hin, da hatte ich echt viel zu tun und hatte da nicht groß den Kopf dafür, jetzt große Vorbereitungen zu machen. Natürlich hatte man so ein Konzept und Ideen, was man machen will, aber letztendlich habe ich dann am 1. Februar mich hingesetzt. Ich habe mir gedacht, okay, wie fängst du das jetzt an? Und dann sind zwei Wochen später erst die ersten Videos online gegangen. Gut, zwei Wochen später, das war schon relativ schnell, ne? Voll geil. Alles hat es jetzt ja auch Zeit, ne? Und einiges Wissen über Personal Branding. Das war eine bestimmte Sache, die dir auch weitergeholfen hat jetzt. 100%. Vor allem für mich ganz entscheidend, auch für die Entscheidung zu sehen, bei unseren Kunden immer wieder, dass man sich schon planbar eine Personal Brand aufbauen kann. Früher dachte ich halt immer, es gibt halt irgendwie diese großen Influencer-Content-Creator, die dann es aus irgendwelchen Gründen geschafft haben. Und auf jeden erfolgreichen kommen halt irgendwie 10.000 nicht-erfolgreiche, so wie das vielleicht im Profisport ist. Und das ist ein Riesenrisiko, das zu machen. Und dann habe ich aber verstanden, wenn ich das mit einer gewissen Strategie angehe, mit gewissen Ambitionen, und wenn man so ein bisschen Verständnis dafür hat, dann ist es schon möglich, sich da planbar eine Reichweite aufzubauen. Ob man damit jetzt die Millionen Leute erreicht, ist fraglich, aber das muss halt auch nicht sein. Und das ist wirklich immer wieder, also ich sehe es auch bei unseren Kunden, die ja Online-Shops haben, am Ende des Tages kommt es genau darauf an, so mit was für einem Mindset gehst du in irgendein neues Projekt sein. Egal, ob das eine Personal-Brand ist, die man aufbauen möchte, oder ein Business, was man aufbauen will, wenn man irgendwie ein kleines Ziel hat und sich sagt, ja, ich gucke jetzt mal nebenbei irgendwie, wie ich es mache, ist ganz klar, dass nicht das Momentum entstehen kann, wie man sagt, okay, ich mache das jetzt, und mein Ziel ist, innerhalb von x Monaten x.000 Follower zu haben, und wirklich Nummer 1 in Deutschland zu werden. War das deine Ambition, als du angefangen hast, der Wein-Influencer Deutschlands zu werden? Schon, ja. Würdest du sagen, es hat ganz gut funktioniert bisher? Ja, also es kommt jetzt darauf an, welchen Maßstab man ansetzt. Follower-Technik habe ich da jetzt relativ schnell aufgeschlossen mit den bisherigen, die es gab im deutschsprachigen Raum. Aber es gibt natürlich, also diese etablierten Player, die sind noch viel besser vernetzt, die kennen viel mehr Leute, sind bei vielen Binzern etc. auch schon mehr im Kopf, weil das jetzt häufig auch nicht die Leute sind, die jeden Tag auf Social Media unterwegs sind und da irgendwie nach neuen Leuten suchen. Aber safe. Du hast angefangen und dann ja wirklich innerhalb kürzester Zeit auf Instagram, auf TikTok, auch auf YouTube jetzt mittlerweile ein bisschen einfach krasse Reichweiten aufgebaut. Also ich kann, ich habe das wirklich alles von Anfang an mitverfolgt und habe wirklich beim Wachsen zusehen können. Das war ja wirklich crazy. Da waren ja auch wirklich regelmäßig Videos, die irgendwie mehrere hunderttausend Views bekommen haben. Wie war das für dich? Was war das zum Gefühl, als du gesehen hast, okay, es funktioniert und irgendwie haben die Leute Bock drauf und die Reichweiten steigen auch? Also ich glaube, das war jetzt gar nicht so besonders, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, weil man sehr einfach in diesem täglichen Doing beschäftigt war und mit dem erfolgreichen Video hatte man dann natürlich auch immer wieder den Anspruch, das nächste erfolgreiche Video, wie kann ich das jetzt replizieren, zu machen. Und dann ist es tatsächlich so aktuell, also im Sommer war bisher eigentlich so meine Hochzeit, was die Aufrufe angeht. Sehr viele Videos, die, ja, mit den erfolgreichsten, die mal in die Millionen gingen und viele in den hunderttausendern. Und das hat sich jetzt wieder ein bisschen gelegt, ne? Also muss man wirklich sagen, rückläufig, was jetzt kein, nicht tragisch für mich ist, für mich ist, aber, ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Also in dieser Zeit war es halt dann, es war schon manchmal krass, wenn man irgendwie, man war irgendwie im Urlaub oder man war am Wochenende mit der Familie unterwegs und man hat sich gedacht, okay, in der letzten Stunde haben sich jetzt nochmal 50.000 Leute oder sagen wir mal 60.000 Leute, was teilweise, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber teilweise der Fall war, dein Video angesehen, das heißt irgendwie pro Minute, also jede Minute schauen tausend Leute aktiv gerade ein Video, sehen gerade mein Gesicht, hören mir gerade zu. Und das war, das war schon krass, sich das so vorzustellen, aber... Ja, safe, aber, also ich muss sagen, wir haben ja auf dem Podcast mit mittlerweile auch über 20.000 Abonnenten und wenn man mal rauszoomt und sich das mal von oben anguckt mit so ein bisschen Abstand, finde ich es persönlich immer wieder crazy und denke mir so, boah, alter, krass, was wir aufgebaut haben. Verrückt, dass so viele Leute zuhören, wenn ich in dieses Mikrofon reinspreche. Aber so im Alltag ist es ja halt dann irgendwie normal, das zu machen, normal, dass Videos rausgehen. Wahrscheinlich so beim ersten Video was sehr, sehr viel zu zittern, aber dann als die ersten paar Videos draußen waren und es losgegangen ist, dass es dann schon Normalität war. Sehr interessant. Was war so bei dem ganzen Aufbau? So TikTok war ja, glaube ich, lange eine sehr wichtige Plattform für dich. Instagram auch von Anfang an, ja, ne? Nicht so, also Fokus, das erste, die ersten fünf Monate bestimmt ganz, ganz klar auf TikTok. Was hast du da aufgebaut in den fünf Monaten? Das waren eigentlich schon so diese 30.000 Gut-Follower, die ich, ähm, die ich jetzt eigentlich, jetzt habe ich 35.000, ähm, immer noch mehr oder weniger habe. Und das, das lief halt auch, das war auch die Plattform, ich habe auf allen Plattformen immer das gleiche hochgeladen, also fast, relativ, fast identisch. Und, äh, das war eben die Plattform, wo die Videos, die gleichen Videos dann einfach immer Faktor-X-Reichweite bekommen haben. Ähm, und das hat sich dann aber plötzlich, das war wirklich innerhalb von so ein paar Wochen, ist das ganz, ganz krass bei TikTok zurückgegangen. Und, ähm, ich bin da bis heute so ein bisschen am Rätseln, woran es liegt. In den letzten Wochen geht es wieder ein bisschen besser. Viele Creator sagen, dass sie da ein bisschen am Struggeln sind. Ich habe dann auch, muss ich aber auch sagen, in dieser Zeit erfahren, dass, ähm, das Werben auf TikTok für alkoholische Produkte, was ja Wein auch ist, verboten ist, was jetzt auch suboptimal für mich ist. Und so war es dann eigentlich nach und nach so, dass mein Fokus immer mehr auf Instagram rückte, wo das, ähm, mehr toleriert wird. Und, ähm, da geht es ja geil ab. Glücklicherweise, ja, glücklicherweise war es auch so, das, was man an TikTok erstmal abgenommen hat, hat es bei Instagram zugenommen. Und, ähm, ja, das ist jetzt aktuell Nummer eins Plattform definitiv. YouTube ist für mich so ein Herzensding, dass ich sage, ich finde die Plattform einfach von dem Longformformformat, on demand, ich entscheide mich jetzt ein Video von Person X, Y, Z anzuschauen, finde ich einfach nochmal cooler, als dieses, ähm, ewige Scrollen und, und, äh, mir wird irgendwas vom Algorithmus angezeigt und dann sind es auch immer nur 30 Sekunden, 60 Sekunden ist ja schon lang und deshalb würde ich mich eigentlich ganz gerne auch jetzt auch auf YouTube ein bisschen etablieren. Ja, es ist ja viel möglich so, ne, was so suchbare Sachen angeht, kannst du ja einfach die Sachen nochmal neu raufwachen, die du schon ollen hattest. Theoretisch, ja, ich glaube, es würden viele Leute gerne sehen wollen. Liked mal das Video, wenn ihr Bock darauf habt und kommentiert das rein. Was war so, also ich finde es einfach nice, wie du es machst, Johannes, habe ich dir schon ganz oft gesagt, aber man kann es nicht oft genug sagen, was waren so die ein, zwei Gedanken, die du irgendwie von Anfang an, die dich begleitet haben, wie du es angegangen bist? Also rein strategisch hatte ich, ähm, ziemlich krass diesen Insight-Prozess, den wir dort entwickelt haben im Kopf. Ähm, das war erst mal zu sagen, man macht sich Gedanken, was sind Themen, was sind Strategie, also, was ist meine Overall-Strategie, wofür möchte ich stehen, welche Themen möchte ich bespielen, dann natürlich auch mal eine Analyse zu machen, was gibt es bisher, was war erfolgreich, ähm, einmal innerhalb der Branche und dann aber auch mal außerhalb der Branche zu gucken, mit vergleichbaren Dingen, ähm, also zum Beispiel, was ich interessant fand, waren, äh, zum Beispiel, Cocktail-Kanäle gibt es interessanterweise auf YouTube, wie auf Instagram und so weiter, sehr, sehr große, ja, sehr, sehr große Cocktail-Kanäle, bei Wein überhaupt nicht, und dann habe ich auch da ein bisschen geguckt, wie machen die das, was ist da interessant, dann so einen groben Farbplan, eine Strategie gemacht, und, ähm, dann eigentlich direkt angefangen zu produzieren, und, ähm, immer wieder zu schauen, okay, wie performt dieses Video, woran liegt es, habe ich Kommentare, es ist ja auch nicht immer so, dass man sagt, je mehr Views ein Video hat, desto besser, sondern man, es gibt ja Themen, wo man weiß, das ist jetzt eher für die Leute, die sich wirklich für das Thema Wein interessieren, oder für mich als Person interessieren, und es gibt Videos, wo man schon ein bisschen spekuliert, das könnte jetzt was sein, was eine breite Masse erreicht, und beides hat ja absolut seine, also immer nur auf Viralität zu gehen, ähm, damit macht man sich, glaube ich, seine, seine Glaubwürdigkeit und seine Kanal-Strategie auch kaputt. Man baut halt auch keine qualitativen Audienz dann auf, Ja. So wie der Lamborghini-Trecker. Ja, genau. Ganz gutes Beispiel dafür. Ja, ist halt ein Video, das viele Leute denken so, okay, krass, Lamborghini, er baut auch Trecker. Also dieses, ja, so, wenn man das erzeugen kann, ich glaube, das ist geil. Aber damit hast du jetzt keinen zum Thema Wein überzeugt, ne, oder irgendwie da die Leidenschaft weitergegeben. Safe. Und so Thema Kooperationspartner, da bist du jetzt mittlerweile ja auch am Start, hast deine Partnerschaften auf jeden Fall, oder zumindest ist es losgegangen. Wie lange hast du gewartet damit, die erste Kooperation zu machen? Warum hast du gewartet? Und wie war das dann für dich, die erste Kooperation zu machen? Ähm, ich habe da echt mir eine Zeit gelassen, glaube ich. Also in dieser ganzen ersten viralen Phase habe ich eigentlich alles erstmal ausgeschlagen und habe gesagt, hey, lass uns nochmal ein paar Monate sprechen, weil ich mich nur eben auf den Content, auf die Videos fokussieren wollte. Und, ähm, da erst mal Erfahrung sammeln wollte. Und dann, ich glaube, die erste Kooperation war dann auch tatsächlich irgendwann im Sommer. Ich würde wahrscheinlich Juli oder so gewesen sein. Das war dann direkt mit Lidl. Ähm, das war so ein Ding, der hat mich die Agentur, die das für Lidl macht, angefragt hier. Das und das ist gefragt. Wir haben hier so ein Tasting. Habe ich auch erst mal abgesagt. Und, ähm, dann meinten die aber, ja, wäre doch cool. Nee, nee, weil, wie gesagt, ich wollte halt erst mal durchziehen und einfach nur, nur Mehrwert liefern, nur Content liefern, ähm, bevor ich da an das Thema gehe, Geld zu verdienen. Weil ich, ich, darauf habe ich mich auch eingestellt und, ähm, das war auch, glaube ich, im Nachhinein die richtige Strategie. Und dann haben die, haben die aber nochmal gesagt, hier, lass uns mal telefonieren. Haben sie mir ein bisschen schmackhaft gemacht und dann habe ich das mal gemacht. Das war eine Erfahrung, was ich im Nachhinein nicht nochmal so machen würde, weil das, das tatsächlich so eine ganz klassische Kooperation war. Es gab ein vorgegebenes Produkt, ähm, es gab ein Briefing mit einer Story, was soll in der Story vorkommen, was soll in dem Video vorkommen, ähm, und ich, ich hatte da keine großen gestalterlichen Möglichkeiten. Und das hat sich irgendwie dann im Nachhinein, ich habe das gemacht, es war eine coole Erfahrung, wie gesagt, aber im Nachhinein hat sich das irgendwie so ein bisschen, nicht so geil angefühlt, weil ich so dachte, ja, das war jetzt einfach so Werbegesicht und, ähm, ja, dann habe ich, war das ein wichtiges Learning und die nächsten Kooperationen, die ich dann gemacht habe, das war dann, glaube ich, nochmal zwei Monate später, ging es dann weiter mit, äh, Vintage Grapes, was dann so jetzt für den, für den Rest des Jahres auch ein wichtiger Partner war, ähm, da war es dann einfach ganz klar so, es gibt, ich habe da sehr viele Freiheiten, ich kann den Content machen, wie ich möchte und es gibt einfach grobe Rahmenlinien, was, was, ähm, bekomme ich dafür, was ist gefordert und den Rest, ähm, kann ich dann so machen, dass es für die Community passt und dass ich da auch hinterstehen kann. Ja, finde ich cool, im Koro kennt man ja, ne, die sind ja eigentlich so Influencer Brand in Deutschland, was so Influencer Marketing angeht und deren Philosophie ist auch, komplette Freiheiten zu lassen, einfach, dass man das authentisch rüberbringen kann, weil am Ende merken das ja auch deine Zuschauer wahrscheinlich, wenn du dich nur wie ein Werbegesicht fühlst, weil du es einfach nicht, nicht krass rüberbringen kannst. Was mich interessieren würde, du hast gerade eine Sache gesagt, am Anfang, als du gestartet bist, was hast du dir für eine Zeit gegeben, wo es für dich okay war, nichts zu verdienen? Wann hättest du gesagt, so, ich muss irgendwas machen, so geht es nicht? Ein Jahr, eigentlich so. Das war so das, was ich mir ausgerechnet habe, wie ich irgendwie über die Runden komme und dann, also dann stünde natürlich auch das ganze Projekt auf der Kippe, dass man, also wenn ich jetzt nach einem Jahr irgendwie schon extrem viel Reichweite habe, nur noch keine Kooperation gemacht habe, kein Geld verdient habe, dann macht man das natürlich weiter, dann hat man ja ein sehr wertvolles Asset, aber hätte ich es bis dahin nicht geschafft, irgendwie auch, hätte ich gemerkt, da ist gar keine Nachfrage oder also ich bekomme gar keine Kunden, in dem Sinne, eine Kooperationspartner, die haben da gar keinen Bock drauf, dann wäre es, dann hätte ich schon überlegt, okay, was mache ich jetzt? Sehr interessant. Johannes, wir sind gleich am Ende von Teil 1 angekommen, vielleicht jetzt noch für den ersten Teil, wie geht es für dich weiter? Also was sind Sachen, auf die man sich vielleicht freuen kann? Wo siehst du Johannes trinkt Wein in einem Jahr? Boah, sehr schwierig. Es gibt, es gibt so, so viele Möglichkeiten, wo ich das Ganze jetzt hin entwickeln kann, die, dass einen das teilweise erschlägt, mir ist es schon wichtig, muss ich sagen, dass ich im nächsten Jahr nochmal reichweitentechnisch, voller technisch, auf eine nächste Stufe komme. In den letzten Monaten, wie gesagt, war das ein sehr, sehr leichtes Wachstum, nicht mehr so krass nennenswert, was in Ordnung ist, aber ich habe einfach den Anspruch an mich selbst, dass ich es schaffe, einen Creator, ich habe das Gefühl, ich bin aktuell rein von meiner Creator-Fähigkeit noch nicht so weit, dass ich eben darüber hinaus komme. Es gab diese Phase, wo irgendwie das Momentum gestimmt hat, wo der Algorithmus in mir sicherlich auch, dass ich mal gut gestimmt war, auf meinen Kanal und jetzt merke ich einfach, Instagram zum Beispiel ist so eine Plattform, ich schaffe es halt mit einem Video 30.000 Leute zu erreichen und wenn es mal ein besonders gutes Video ist oder wenn ich mal irgendwie einen besonderen Twist einbaue, dann sind es auch mal mehr und ich glaube, das sind schon Fähigkeiten, die man sich anlernen kann und da will ich halt einfach schon nochmal auf die nächste Stufe kommen. bessere Videos machen, besseren Content machen und somit dann auch mehr Leute von diesem Thema begeistern können und was dann viele, viele Erfahrungen machen, ganz viel noch lernen, mehr Reisen auch noch machen im nächsten Jahr. Chile steht an, im Februar, wo ich jetzt eingeladen bin auf eine Pressereise. Du musst ja schon echt zu wilden Sachen eingeladen, auch die Verkostung von dem oder 1900, nee, war das 1800, Wiesling, ne? So wild, Alter, das ist echt verrückt, das ist wirklich verrückt. Auch das Netzwerk, in das du da reingeraten bist, wenn du das in einem Wort beschreiben müsstest, die beiden Leute, was wäre das Wort? Diese. Das ist verrückt. Also erstens muss man wirklich sagen, wenn man sich die Branche ein bisschen kennenlernt, es gibt viel mehr junge Leute, junge dynamische Leute, die dort aktiv sind, die Bock auf das Thema haben, als man denkt. Also vorher... Das, was man denkt, ist so versnobbt sein, oder? Ja, versnobbt und die Winzer halt irgendwie so ein alter, bärtiger Typ, der da in seinem Weinberg rumläuft. So ein Bild hatte ich vorher, und das ist jetzt gar nicht der Fall. Versnobbt in gewissen Teilen schon, das erlebt man schon immer mal wieder, ist dann nicht so mein Fall. Also ein bisschen so mit Nase hoch, wenn sich Leute darüber definieren, dass sie jetzt, was sie alle schon probiert haben, oder dass sie jetzt sich am krassesten auskennen. Ich glaube, das zieht die Weinbranche auch so ein bisschen an, aber es gibt mehr als genug coole Leute und halt sehr, sehr interessante Leute. Also irgendwie, Ralf Frenzel war auch ein wichtiger Teil. Der Don, wir alle kennen ihn. Der Wein Don, war ein wichtiger Teil auf meinem Kanal. Mit dem auch, der dann auch nochmal echt für Viralität gesorgt hat. Und das ist halt einfach, das ist so ein Mensch. Ich wusste am Anfang gar nicht, wie ich mit ihm zurechtkommen soll. Und wir hatten auch unsere Differenz. Aber wenn man ihn kennenlernt, und wenn man da weiß, wie man miteinander zurechtkommt, dann einfach ein ganz wertvoller, cooler Kontakt. Ja, glaube ich. Sehr geil. Das war doch mal ein schöner Einblick. Wenn du dich jetzt dafür interessierst, wie die Business-Seite von dem ganzen Projekt aussieht, dann klick jetzt irgendwo hierhin und komm auf den zweiten Teil. Unbedingt. Und dann würde ich sagen, Johannes, vielen Dank schon mal bis hierher und ich freue mich auf Teil 2. Vielen Dank dir auch. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.